Iris Wolf, Wurzeln, Ursprünge Wer schreibt, sammelt Wörter. Ich lege Listen an, unterstreiche einzelne Wörter in meiner Lektüre, gebe ihnen bewusst Raum in meiner Literatur. Einigen wegen ihres Klangs, ihrer Treffsicherheit, anderen, weil sie gefährdet sind. Immer aber, weil sie gesuchte, geschenkte Heimat sind. Wir wohnen nicht in einem Land, sondern in einer Sprache, lautet ein Sprichwort des rumänischen Philosophen Emil Cioran. Wörter haben Wurzeln. Wechselt man den Sprachraum, müssen für jeden vertrauten Gegenstand, jede Empfindung, jede Tätigkeit neue Wörter erlernt werden. Wörter haben ein Gedächtnis, weil gelebtes Leben, Erinnerungen mit ihnen verbunden sind. Die Übereinstimmung zwischen Erfahrung und Wort stellt sich erst über die Zeit her. Der deutsche Exzellent in Mascha Kaleckos Gedicht »Der kleine Unterschied«, der in der fremde Englisch sprechen muss, weiß, dass die neuen Wörter nur äußerlich dasselbe meinen, wie die aus der Heimat mitgebrachten. Innerlich sieht es ganz anders aus. Gewiss, ich bin sehr happy, doch glücklich bin ich nicht. Einen Sprach- und Kulturraum wechseln heißt, zu erfahren, dass Sprache ein deutender Zugang zur Welt ist. Jede Sprache hat andere Bilder für die Wirklichkeit. Es macht einen Unterschied, ob Sonne, Mond oder Rose männlich oder weiblich sind, ob der Wind bläst, wie im Englischen, schlägt, wie im Rumänischen, oder weht, wie im Deutschen. Sprachen wandern in den Blick und mit ihnen ein bestimmtes Licht, ein Geschmack, eine bestimmte Melodie. Wortwurzeln stelle ich mir vor wie Wüstenhosen, die sich bei Dürre zusammenrollen, weiter wandern und in der Berührung mit Wasser erneut Samen freisetzen können. Nach Zusannagase haben Wörter keine Wurzeln, sondern einen Ursprung, wie Flüsse. Von dort aus springen, fließen sie weiter, verändern sich. Dieses Bild des Ursprungs lässt ahnen, wie viel ein Wort auf seiner Wasserreise aufnehmen, wie viel es sich einverleiben, wie oft es sich erneuern kann, bis zu einer gewissen Grenze. Das Hören eines einzigen Wortes kann Erinnerungen wecken. Manusch, auf Rumänisch Handschuh, ist für mich solch ein Wort. Es war ein verlorenes, verlerntes Wort und als ich es wiederentdeckte, klang die Geborgenheit darin an, die Wärme, die ein bestimmtes Paar Handschuhe aus Kindertagen schenkte. Mehr noch, es ist, als sei das Wort mit dem Bezeichneten verbunden, als präge der Gegenstand den Klang oder umgekehrt. Credenz ist auch so ein Ausdruck, Plafond, Paradise, Bicycle, Fisolen, Kuckurutz. Diese siebenbürgischen Wörter sind mit einem bestimmten Licht verbunden, zwischen Kupfer und Ocker, mit Hinterhöfen, Laubendächern, aus wildem Wein. In ihnen steckt ein Gemisch aus Gerüchen, Sprachen und Landschaften und der Klang von Abschied. Iris Wolf, Wurzeln, Ursprünge, gelesen von Helge Heinold. Aus Der Augenblick nennt seinen Namen nicht. Erschienen 2022 bei der Deutschen Bibelgesellschaft.